Theseus war ein Sohn des Aigeus und Theaitra, der Tochter des Königs Pitheus von Troizen. Seine väterliche Abkunft leitete von dem alten König Erechtheus und seinen Athenern her, die, nach der Sage des Landes, dem heimatlichen Boden unmittelbar entstammten. Mütterlicherseits war Pelops, durch die Zahl seiner Kinder, der mächtigste unter den Königen des Peloponnes, sein Ahnherr. Nach einem von dessen Söhnen, Pitheus, dem Gründer der kleinen Stadt Troizen, kehrte der kinderlose König Aigeus von Athen, der dort zwanzig Jahre vor Jasons Argonautenzug herrschte, ein, weil er sein Gastfreund war. Dieser Aigeus, der älteste der vier Söhne des Königs Pandion, war sehr bekümmert, daß seiner Ehe keine Nachkommenschaft geschenkt war. Er fürchtete nämlich die fünfzig Söhne seines Bruders Pallas, welche feindliche Absichten gegen ihn hegten und den Kinderlosen verachteten. So kam er auf den Gedanken, sich heimlich und ohne Wissen seiner Gemahlin noch einmal zu vermählen, in der Hoffnung, er werde so einen Sohn erhalten, welcher die Stütze seines Alters und seines Reiches werden könnte. Er vertraute sich seinem Gastfreund, Pitheus, an, und das Glück wollte es, daß gerade diesem ein seltsames Orakel zuteil geworden war, das ihm kündete, seine Tochter werde kein rühmliches Ehebündnis eingehen, aber einem berühmten Sohn gebären. Dies machte den König von Troizen geneigt, dem Mann, der schon zu Hause eine Gattin hatte, seine Tochter Aitra heimlich zu vermählen. Als dieses geschehen war, blieb Aigeus nur noch wenige Tage in Troizen und reiste dann wieder nach Athen zurück. Als er am Meeresufer Abschied von seiner neu vermählten Gattin nahm, legte er Schwert und Sandalen unter ein Feldstück und sprach. Wenn die Götter, unserem Bund, den ich nicht aus Leichtsehen geschlossen habe, sondern nur um meinem Haus und Land eine Stütze zu geben, hold sind und dir einen Sohn gewähren, so ziehe ihn heimlich auf und sage keinem Menschen, wer sein Vater ist. Ist er dann herangewachsen und besitzt er die Kraft, das Felsstück wegzuwälzen, so führe ihn an diese Stelle, lass ihn Schwert und Schuhe hervorholen und sende ihn damit zu mir nach Athen. Aitra gebar auch wirklich einen Sohn, nannte ihn Theseus und ließ ihn unter der Fürsorge seines Großvaters Pitheus aufwachsen. Den wahren Vater des Kindes verheimlichte sie, dem Befehl ihres Gatten gemäß, und der Großvater verbreitete die Sage, dass er ein Sohn des Poseidon sei. Diesem Gott erwiesen nämlich die Troizenier besondere Ehre als dem Schutzgott ihrer Stadt, sie brachten ihm die Erstlinge ihrer Früchte zum Opfer, und sein Dreizack war das Wahrzeichen von Troizen. Aber als der Jüngling nicht bloß zu herrlicher Körperstärke heranwuchs, sondern auch Kühnheit, Einsicht und festen Sinn zeigte, führte ihn seine Mutter Aitra zu dem Stein, unterrichtete ihn über seine wahre Herkunft und forderte ihn auf, die Erkennungszeichen seines Vaters Aigeus hervorzuholen und nach Athen zu segeln. Thesäus stemmte sich gegen den Stein und schob ihn mit Leichtigkeit zurück. Er band sich die Sohlen unter die Füße und das Schwert an die Seite. Zur See zu reisen aber weigerte er sich, obgleich Großvater und Mutter ihn inständig darum baten. Der Landweg über den Isthmus nach Athen war nämlich damals sehr gefährlich, weil einsamen Wanderern Räuber und Bösewichte auflauerten. Deshalb beschrieb sein Großvater dem jungen Thesäus genau jenen dieser Räuber und Mörder und ihre Grausamkeiten gegenüber den Fremden. Aber Thesäus hatte sich längst den Herakles und seine Tapferkeit zum Vorbild genommen. Als er sieben Jahre alt war, hatte dieser Held seinen Großvater Pitheus besucht und während dieser mit dem König zu Tisch saß und schmauste, durfte unter anderem Knaben der Troizinier auch der kleine Thesäus zuschauen. Herakles hatte bei dem Mahl seine Löwenhaut abgelegt. Die übrigen Knaben flüchteten, als sie die Haut erblickten. Thesäus aber ging ohne Furcht hinaus, nahm einem Diener eine Axt aus der Hand und rannte damit auf die Haut los, die er für einen wirklichen Löwen hielt. Seit diesem Besuch des Herakles träumte Thesäus nachts von dessen Taten und am Tag dachte er nach, wie er dereinst Ähnliches vollbringen könnte. Auch waren die beiden blutsverwandt, denn ihre Mütter waren Kinder von Geschwistern. So konnte Thesäus den Gedanken nicht ertragen, dass er allen Kämpfen ausweichen sollte, während sein Vetter alle Orten die Frevler aufstöberte und Land und Meer von ihnen befreite. »Was würde,« sprach er unwillig, »der Gott, den man meinen Vater nennt, von dieser Feigenreise im sicheren Schutz seiner Gewässer denken? Was würde mein wahrer Vater sagen, wenn ich ihm als Erkennungszeichen Schuhe ohne Staub und ein Schwert ohne Blut brächte?« Diese Worte gefielen Pytheus, der einst auch ein tapferer Held gewesen war. Die Mutter gab Thesäus schließlich ihren Segen, und er ging davon. Der Weg zum Vater Der erste, der ihm in den Weg trat, war der Straßenräuber Periphetes. Seine Waffe war eine mit Eisen beschlagene Keule, mit der er die Wanderer zu Boden schmetterte. Er führte deshalb den Beinamen Keulenschwinger. Als Thesäus in die Gegend von Epidaurus kam, stürzte dieser Bösewicht aus einem finsteren Wald hervor und versperrte ihm den Weg. Der Jüngling aber rief ihm zu, »Elender, du kommst mir sehr gelegen. Deine Keule passt für den, der als ein zweiter Herakles in die Welt hinausziehen will.« Mit diesem Ausruf warf er sich auf den Räuber, erschlug ihn nach kurzem Kampf und nahm seine Keule als Siegeszeichen und Waffe mit. Einem anderen Frevler begegnete er auf der Landenge von Korinth. Es war Sinis, der Fichtenbeuger, so genannt, weil er, hatte er einen Wanderer in seine Gewalt bekommen, mit seinen riesenstarken Händen zwei Fichtenwipfel herunter zu beugen pflegte. An diese band er seinen Gefangenen und ließ ihn von den zurückschnellenden Bäumen zerreißen. Mit dem Sieg über dieses Ungeheuer weihte Thesäus seine Keule ein. Sinis hatte eine sehr schöne, schlanke Tochter, Perigone genannt, die Thesäus bei der Ermordung ihres Vaters erschrocken hatte, fliehen sehen. Sie suchte er nun überall. Das Mädchen hatte sich an einem dicht, mit Gartengewächsen bepflanzten Ort versteckt und flehte die Sträucher an, indem sie ihnen gelobte, sie niemals zu verletzen oder zu verbrennen, sie zu verdecken und zu retten. Da aber Thesäus sie zurückrief mit der Versicherung, ihr nichts zu Leide zu tun, sondern bestens für sie sorgen zu wollen, kam sie hervor und blieb seitdem unter seinem Schutz. Er gab sie später dem Deoneus, dem Sohn des Königs Eurytus von Echalia, zur Gattin. Ihre ganze Nachkommenschaft hielt den Schwur und verbrannte nie eines von den Gewächsen, welche die Ahnfrau beschützt hatten. Aber nicht nur von bösen Menschen befreite Thesäus den Weg, den er nahm, auch gegen schändliche Tiere glaubte er, es dem Herakles gleich tun zu müssen und sie zu bekämpfen. So erlegte er unter anderem die Feier, so hieß das chromionische Schwein, welches kein gewöhnliches Tier, sondern streitbar und schwer zu besiegen war. Nach solchen Taten kam er an die Grenze von Megara und begegnete dort dem Skiron, dem dritten berüchtigten Straßenräuber, der sich auf den hohen Felsen zwischen dem Megara-Land und Attika aufhielt. Dieser pflegte frech und mutwillig, den Fremden seine Füße vorzuhalten und befahl ihnen, sie zu waschen. Während sie dies taten, stürzte er sie mit einem Tritt ins Meer. Dieselbe Todesstrafe vollzog nun Thesäus an ihm selbst. Schon auf Attischem Gebiet, nahe der Stadt Eleusis, begegnete Thesäus dem Wegelagerer Kerkion. Dieser forderte alle Vorbeireisenden zum Ringkampf auf. Hatte er gesiegt, brachte er sie um. Thesäus nahm seine Herausforderung an, überwand ihn und befreite die Welt von dem Bösewicht. Nachdem er eine kleine Strecke zurückgelegt hatte, traf er auf den letzten und grausamsten aller Straßenräuber, den Damastes, den jedermann nur unter dem Beinamen Prokrustes, d.h. der Gliederausstrecker, kannte. Dieser hatte zwei Bettstellen, eine sehr kurze und eine sehr lange. Kam nun ein Fremder in sein Gebiet, der sehr klein war, so führte er ihn beim Schlafengehen zur langen Bettstelle. Wie du siehst, sprach er dann, ist meine Lagerstatt für dich viel zu groß. Lass dir das Bett anpassen, Freund. Dann zerrte er ihm die Glieder so lange auseinander, bis er den Geist aufgab. Kam aber ein großer Gast, so brachte er ihn zur kurzen Bettstelle. Zu diesem sagte er, es tut mir leid, Guter, dass mein Lager nicht für dich gemacht und viel zu klein ist. Doch dem soll bald geholfen sein. Dann hieb er ihm die Füße ab, soweit sie aus dem Bett hervorragten. Diesen Unhold, der ein Riese war, warf Theseus in das kleine Bett und kürzte ihm den langen Leib mit dem Schwert, das er jämmerlich umkam. So widerfuhr den meisten dieser Verbrecher von der Hand des Theseus Gerechtigkeit, je nach Art ihrer eigenen Grausamkeit. Auf seiner bisherigen Reise war dem Helden nichts Erfreuliches begegnet. Endlich, als er zum Fluss Kephissus kam, traf er einige Männer aus dem Geschlecht der Phytaliden, die ihm gastfreundlich Aufnahme gewährten. Vor allem reinigten sie ihn, als er darum bat, nach gewohnter Art von dem vergossenen Blut und bewirteten ihn in ihrem Haus. Nachdem er den guten Leuten herzlich gedankt hatte, lenkte er seine Schritte zur Stadt seines Vaters. In Athen fand der junge Held aber nicht den Frieden und die Freude, die er erwartet hatte. Unter den Bürgern gab es Verwirrung und Zwietracht, und im Haus seines Vaters Aegeus herrschte eine fremde Frau. Medea, die auf ihrem Drachenwagen Korinth und den verzweifelten Jason verlassen hatte, war nach Athen gekommen, hatte sich in die Gunst des alten Aegeus eingeschlichen und versprochen, durch Zaubermittel in die Kraft seiner Jugend zurückzugeben. Durch ihren Zauber hatte das furchtbare Weib Kunde von der Ankunft des Tesors erhalten, und nun überredete sie Aegeus, den der Parteienzwist seiner Brüder mit Argwohn erfüllte, den Fremdling, den sie ihm als einen gefährlichen Späher schilderte, wie einen Gast zu bewirten, und dann mit Gift aus dem Weg zu räumen. Tesors erschien unerkannt beim Frühmahl und freute sich, den Vater selbst entdecken zu lassen, wen er vor sich habe. Schon war ihm der Giftbecher vorgesetzt, und Medea erwartete mit Ungeduld den Augenblick, da der Ankömmling, von dem sie fürchtete, er werde sie aus dem Hause vertreiben, die ersten Züge daraus tun werde, die ihm den sicheren Tod bringen sollten. Tesors aber, den mehr nach der Umarmung seines Vaters, als nach dem Becher verlangte, tat, als wollte er das vorgelegte Fleisch zerschneiden, und zog das Schwert, das sein Vater für ihn unter dem Felsblock hinterlegt hatte, damit Aegeus es sehe und den Sohn in ihm erkenne. Kaum sah der Vater die wohlbekannte Waffe blinken, stieß er den Giftbecher beiseite. Nachdem er sich durch einige Fragen vollends überzeugt hatte, dass er den vom Schicksal ersehnten Sohn in junger Heldenblüte vor sich habe, schloss er Tesors in seine Arme. Sogleich stellte der Vater ihn der Versammlung des Volkes vor, der Tesors die Abenteuer seiner Reise erzählen musste. Man feierte den früh erprobten Helden mit freudigem Jauchzen. König Aegeus verabscheute von da an die falsche Medea. Er jagte die mordlustige Zauberin aus dem Land. Tesors bei Minos Die erste Tat, die Tesors vollbrachte, seit er als Königssohn und Erbe des attischen Throns an der Seite seines Vaters lebte, war die Vernichtung der fünfzig Söhne seines Ohrheimspalas, welche früher gehofft hatten, den Thron zu erlangen, wenn Aegeus ohne Kinder stürbe. Sie waren nun ergrimmt, dass nun ein hergelaufener Fremdling die Herrschaft über sie und das Land übernehmen sollte. Sie griffen daher zu den Waffen und bereiteten dem Ankömmling einen Hinterhalt. Aber der Herold, den sie mit sich führten und der ein Fremdling war, verriet diesen Plan dem Tesors, der nun plötzlich ihr Versteck überfiel und alle fünfzig niedermachte. Um nach dieser blutigen Notwehr die Gemüter des Volkes zu besänftigen, wagte Tesors nun ein anderes Abenteuer. Er bezwang den maratonischen Stier, der den Bewohnern vier attischer Gemeinden viel Not verursacht hatte, führte ihn durch die Straßen Athens und opferte ihn endlich dem Apollon. Damals kamen von der Insel Kreta zum dritten Mal Gesandte des Königs Minus, um den üblichen Tribut zu holen. Damit verhielt es sich so. Der Sohn des Minus, Androgeus, war, der sage nach, im attischen Gebirge hinterlistig ermordet worden. Dafür hatte sein Vater die Einwohner mit einem schrecklichen Krieg bestraft und die Götter selbst schickten dem Land Dürre und Seuchen. Da verkündete das Orakel Apollon, der Zorn der Götter und die Leiden der Athener würden enden, wenn sie den Minus besänftigen und seine Verzeihung erlangen könnten. Hierauf wandten sich die Athener bittend an ihn und erhielten Frieden unter der Bedingung, dass sie alle neun Jahre sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen als Tribut nach Kreta schickten. Diese seien von Minus in sein berühmtes Labyrinth eingeschlossen worden und dort habe sie, so erzählt man, der grässliche Minotaurus, ein zwitterhaftes Geschöpf, das halb Mensch und halb Stier war, getötet oder man habe sie verschmachten lassen. Als nun die Zeit der dritten Tributleistung gekommen war und die Väter unverheiratete Söhne und Töchter sich diesem entsetzlichen Los unterwerfen mussten, entbrannte erneut der Unwille der Bürger gegen Aegeus. Und sie begannen darüber zu murren, dass er, der Urheber des Unheils, gleichgültig zusehe, wie ihnen ihre rechtmäßigen Kinder entrissen würden. Theseus, der bereits gelernt hatte, das Geschick seiner Mitbürger als das Seine zu betrachten, schmerzten diese Klagen. Er stand in der Volksversammlung auf und erklärte, sich selbst ohne Los hingeben zu wollen. Alles Volk bewunderte seinen Edelmut und aufopfernden Sinn. Er blieb bei seinem Entschluss, obgleich sein Vater ihn bestürmte, ihn des unerwarteten Glückes, einen Sohn und Erben zu besitzen, nicht so bald wieder zu berauben. Theseus beruhigte seinen Vater mit der Versicherung, dass er mit den ausgelosten Jünglingen und Jungfrauen nicht in das Verderben gehe, sondern den Minotaurus bezwingen werde. Bisher hatte das Schiff, das die unglücklichen Opfer nach Kreta brachte, zum Zeichen ihrer Rettungslosigkeit ein schwarzes Segel erhalten. Jetzt aber, als Egeus seinen Sohn so sprechen hörte, rüstete er das Schiff zwar ebenso aus, doch gab er dem Steuermann ein anderes, weißes Segel mit und befahl ihm, wenn Theseus gerettet zurückkehre, dieses zu hissen. Andernfalls möge er mit dem schwarzen Segel zurückkehren und so das Unglück melden. Als nun das Los gezogen war, führte der junge Theseus die Knaben und Mädchen, die es getroffen hatte, zuerst in den Tempel des Apollern und brachte dem Gott in ihrem Namen, den mit weißer Wolle umwundenen Ölzweig, das weihgeschenk der Schutzflehenden dar. Nachdem das feierliche Gebet gesprochen war, ging er, vom Volk begleitet, mit den auserwählten Jünglingen und Jungfrauen ans Meerufer und bestieg das Trauerschiff. Das Orakel zu Delphi hatte ihm geraten, er solle die Göttin der Liebe zur Führerin wählen und ihr Geleit erbitten. Theseus verstand zwar diesen Spruch nicht, aber er brachte dennoch der Aphrodite ein Opfer dar. Die Weissagung des Orakels wurde ihm erst später offenbar. Denn als Theseus auf Kreta gelandet und vor dem König Minus erschienen war, zog seine Schönheit und seine Jugend die Augen der lieblichen Königsdoktor Ariadne auf sich. In einer geheimen Unterredung gestand sie ihm ihre Zuneigung und übergab ihm ein Knäulfaden, dessen Ende er am Eingang des Labyrinths festknüpfen und den er auf seinem Weg durch die Irregänge abrollen sollte, bis er die Stelle gefunden hatte, wo der Minotaurus seine grässliche Wache hielt. Zugleich übergab sie ihm ein gefeihtes Schwert, womit er dieses Ungeheuer töten könnte. Theseus wurde mit allen seinen Gefährten von Minus in das Labyrinth geschickt, er legte dort mit seiner Zauberwaffe den Minotaurus und kam mit allen, die bei ihm waren, anhand des abgespulten Zwirns, aus den Höhlengängen des Labyrinths glücklich wieder heraus. Darauf entfloh Theseus mit seinen Gefährten durch die Hilfe Ariadnes, die der junge Held als lieblichen Kampfpreis, den er unerwartet errungen hatte, mit sich führte. Auf ihren Rad hin hatte er auch den Boden der kretischen Schiffe zerhauen und so ihrem Vater die Verfolgung unmöglich gemacht. Schon glaubte er seine holde Beute ganz in Sicherheit und kehrte mit Ariadnes sorglos auf der Insel Dia ein, die später Lachsos genannt wurde. Da erschien ihm der Gott Bacchus im Traum und erklärte, Ariadnes sei die ihm selbst vom Schicksal bestimmte Braut und verhieß ihm alles Unheil, wenn Theseus ihm die Geliebte nicht überlasse. Theseus war von seinem Großvater in Götterfurcht erzogen worden. Deshalb scheute er den Zorn des Gottes und ließ die wehklagende Königstochter auf der einsamen Insel zurück. In der Nacht erschien Ariadnes rechtmäßiger Bräutigam Bacchus und entführte sie auf den Berg Trios. Dort verschwand zuerst der Gott, bald darauf wurde auch Ariadne unsichtbar. Theseus und seine Gefährten waren über den Verlust der Jungfrau sehr betrübt. In ihrer Traurigkeit übersahen sie, dass ihr Schiff noch die schwarzen Segel gesetzt hatte, mit denen es von der attischen Küste abgefahren war. Sie vergaßen dem Befehl des Aegeus zu folgen und die weißen Tücher aufzuspannen. So flog das Schiff in seiner schwarzen Trauertracht der Heimatküste entgegen. Aegeus befand sich eben an der Küste und genoss von einem Felsvorsprung die Aussicht auf die offene See, als das Schiff herangesegelt kam. Aus der schwarzen Farbe seiner Segel schloss er, dass sein Sohn tot sei. Da erhob er sich von dem Felsen, auf dem er saß, und stürzte sich voll Schmerz in die Tiefe. Indessen war Theseus gelandet. Nachdem er im Hafen die Opfer dargebracht hatte, die er bei der Abfahrt den Göttern gelobt hatte, schickte er einen Herold in die Stadt, die Rettung der sieben Jünglinge und Jungfrauen und seine eigene zu verkünden. Der Bote wusste nicht, was er von dem Empfang denken sollte, der ihm in der Stadt zuteil wurde. Während die einen in voll Freude willkommen hießen und ihn als den Überbringer einer frohen Botschaft begrenzten, fand er andere in tiefer Trauer versenkt, die seine fröhlichen Worte nicht hören mochten. Endlich löste sich ihm das Rätsel, als er vom Tod des Königs Aegeus erfuhr. Der Herold nahm nun zwar die Kränze in Empfang, schmückte damit aber nicht seine Stirn, sondern nur den Heroldstab, und kehrte so zum Strand zurück. Theseus war noch im Tempel, sein Dankopfer darzubringen. Der Bote blieb daher vor der Tür des Tempels stehen, damit die heilige Handlung nicht durch die Trauernachricht gestört werde. Erst als das Brandopfer ausgegossen war, meldete er des Aegeus Ende. Theseus warf sich, vom Schmerz getroffen, zur Erde, und als er sich wieder aufgerafft hatte, eilten alle, anstatt unter Freude und Jubel, mit Wegeschrei und Klageruf in die Stadt. König von Athen Nachdem Theseus seinen Vater bestattet hatte, weihte er dem Apollon, was er ihm gelobt hatte. Das Schiff, in dem er mit den attischen Jünglingen und Jungfrauen gerettet, zurückgekehrt war, ein Fahrzeug mit dreißig Rudern, wurde als ein ewiges Andenken aufbewahrt, indem man das morsche Holz immer wieder durch Neues ersetzte. So konnte man dieses ehrwürdige Erinnerungsstück an alte Heldentage noch lange Zeit nach Alexander dem Großen den Freunden des Altertums zeigen. Theseus, der jetzt König geworden war, bewies bald, dass er nicht nur ein Held im Kampf und Streit war, sondern auch einen Staat einzurichten und ein Volk in Frieden zu regieren wußte. Darin übertraf er selbst ein Vorbild Herakles. Er schuf ein großes und bewunderungswürdiges Werk. Vor seiner Regierungszeit wohnten die meisten Einwohner Attikas auf einzelnen Bauernhöfen und in weilerartigen Dörfern verstreut. Es war daher schwierig, sie zur Beratung öffentlicher Angelegenheiten zusammenzubringen. Bisweilen gerieten sie in Streit über kleinliche Fragen der Nachbarschaft und des Besitzes. Theseus gelang es, alle Bürger des attischen Gebietes in eine Stadt zu vereinigen und aus den zerstreuten Gemeinden einen gemeinsamen Staat zu bilden. Dieses große Werk schaffte er ohne Gewalt und Zwang, indem er selbst die einzelnen Gemeinden bereiste und ihre freiwillige Zustimmung errank. Bei den Armen und Kleinen bedürfte es keine langen Ermahnungen. Sie konnten doch ein Zusammenleben mit den Vermögenderen nur gewinnen. Den Mächtigen und Reichen aber versprach er Beschränkung der bisher unbegrenzten Königsgewalt und eine freie Verfassung. Ich selbst, sprach er, will nur euer Anführer im Krieg und Hüter der Gesetze sein. Ansonsten soll allen Bürgern gleiches Recht eingeräumt werden. Dieser Vorschlag fand die Billigung vieler vornehmer Männer. Andere, denen die Veränderungen in der Staatsform weniger willkommen war, fürchteten König Theseus Beliebtheit beim Volk und seine große Macht und seinen kühnen Mut. Sie wollten daher nur den Argumenten dessen weichen, der sie zu zwingen wusste. Theseus schloss alle örtlichen Rathäuser und enthob die Gemeindeeigenen Obrigkeiten und gründete ein, allen gemeinsames Rathaus mitten in der Stadt. Er beschloss ein Fest für alle Staatsbürger, das er die Panathenänen, d.h. das All-Athener-Fest nannte. Erst jetzt wurde Athen eine richtige Stadt und auch ihr Name wurde allen geläufig. Vorher war Athen nur eine Königsburg gewesen, von ihrem Gründer, Kekrupsburg genannt, mit nur wenigen Häusern im Umkreis. Um diese neue Stadt noch weiter zu vergrößern, rief er mit der Zusicherung gleicher Bürgerrechte aus allen Gegenden neue Ansiedler herbei, denn er wollte in Athen eine Völkersiedlung gründen. Damit aber diese Zuwanderer nicht Unordnung in den jungen Staat brächten, teilte er das Volk in Edle, Landbauern und Handwerker und wies jedem Stand seine besonderen Rechte und Pflichten zu, sodass die Edlen durch ihr Ansehen als Träger von Ämtern, die Landbauern durch ihre Nützlichkeit, die Handwerker durch ihre zahlmäßige Stärke den Vorrang zu haben schienen. Seine eigene Gewalt als König beschränkte er, wie versprochen, und machte sie vom Rat der Edlen und der Versammlung des Volkes abhängig. Während Theseus bestrebt war, die Ordnung im Staat durch Götterfurcht zu festigen, die Athene zur Schutzgöttin des Landes erhob, den Poseidon verehrte, dessen besonderer Schützling er war und als dessen Sohn er lange gegolten hatte, die heiligen Kampfspiele auf dem Isthmus von Korinth einführte oder erneuerte. Wurde Athen von einem seltsamen und ungewöhnlichen Krieg heimgesucht. Theseus war nämlich in jüngeren Jahren auf einer seiner kriegerischen Fahrten an der Küste der Amazone gelandet und diese, keineswegs männerscheu, machten dem stattlichen Helden kostbare Gastgeschenke. Theseus aber gefiel nicht nur die Gaben, sondern auch die schöne Amazone, die diese überbrachte. Sie hieß Hippolyta und der Held lud sie ein, sein Schiff zu besuchen. Kaum hatte sie dieses bestiegen, fuhr er mit seinem Raub davon. In Athen angekommen, vermählte er sich mit Hippolyta. Diese war nicht ungern die Gemahlin eines Helden und eines so herrlichen Königs. Aber das streitbare Weibervolk der Amazonen war über den frechen Raub entrüstet und als die Untat längst vergessen schien, sannen sie noch immer auf Rache. Eines Tages, als der Staat der Athener unbewacht schien, landeten sie plötzlich mit ihren Schiffen, besetzten die Küste und umzingelten die Stadt, in die sie bald darauf eindrangen. Sie schlugen mitten in Athen ein Lager auf, nachdem die erschrockenen Einwohner sich auf die Burg zurückgezogen hatten. Beide Seiten standen einander abwartend gegenüber. Endlich begann Theseus den Kampf von der Burg herab. Zuvor hatte er dem Orakel gehorchend, dem Gott des Schreckens, ein Opfer dargebracht. Anfangs wichen die athenischen Männer vor den fremden Mannweibern zurück und wurden bis zum Tempel der Errinnen abgedrängt. Dann aber entbrannte der Kampf von der Flanke her, dabei wurde der rechte Flügel der Amazonen bis zu ihrem Lager zurückgetrieben. Viele wurden getötet. Von der Königin Hippolyta heißt es, sie habe in dieser Schlacht, ihren Ursprung verleugnend, an der Seite ihres Gemahls gegen die Amazonen gekämpft. Dabei traf sie ein Wurfspieß und streckte sie tödlich verwundet zu Boden. Ihr zum Gedächtnis wurde später eine Säule in Athen errichtet. Den Krieg beendete ein Friedensschluss. Daraufhin verließen die Amazonen Athen und kehrten in ihr Vaterland zurück. Die Herausforderung Theseus galt als außerordentlich stark und tapfer. Da überkam den Pairithos, der einer der berühmtesten Helden des Altertums und ein Sohn Ixions war, Lust, ihn auf die Probe zu stellen. Er trieb Rinder, die dem Theseus gehörten, von Marathon fort. Als man ihm sagte, dass Theseus die Waffe in der Hand ihn verfolge, hatte er erreicht, was er wollte. Er floh nicht, sondern wandte sich um, um ihm entgegenzutreten. Als die beiden Helden einander gegenüberstanden und einer den anderen maß, erfasste jeden von beiden Bewunderung für die schöne Gestalt und die Kühnheit des anderen. Ergriffen eilten sie wie auf ein gegebenes Zeichen aufeinander zu und warfen die Waffen zu Boden. Pairithos streckte dem Theseus die Rechte entgegen und forderte ihn auf, über den Raub der Rinder zu richten. Was Theseus verfügen werde, wolle er freiwillig tun. Die einzige Genugtuung, die ich verlange, erwiderte Theseus mit leuchtendem Blick, ist, dass du mein Freund und Kampfgenosse wirst. Da umarmten sich die beiden Helden und gelobten einander treue Freundschaft. Als bald darauf Pairithos, die thesalische Fürstentochter Hippodamea, aus dem Geschlecht der Lapiden, zur Gemahlin nahm, lud er auch seinen Waffenbruder Theseus zur Hochzeit. Die Lapiden, in deren Kreis die Festlichkeit gefeiert wurde, waren ein berühmter Stamm Thessaliens. Rohe, zur Tiergestalt neigende Bergmenschen, die ersten Sterblichen, die Pferde bändigen lernten. Die Braut aber, die diesem Geschlecht entstammte, hatte nichts mit den Männern dieses Stammes gemein. Sie war lieblich von Gestalt, hatte ein feines, jungfräuliches Antlitz und war insgesamt so schön, dass den Freier Pairithos alle Gäste glücklich priesen. Alle Fürsten Thessaliens waren zum Fest erschienen, aber auch die Verwandten des Pairithos, die Kentauren, fanden sich ein, jene Halbmenschen, die von dem Ungeheuer abstammten, dass die Wolke, welches Ixion, der Vater des Pairithos, anstatt der Heere umarmt hatte, diesen geboren hatte, weshalb sie alle die Wolkensöhne hießen. Sie waren die Erbfeinde der Lapiden. Diesmal aber hatte die Verwandtschaft mit dem Bräutigam die Kentauren bewogen, den alten Groll zu vergessen und zum Freudenfest zu kommen. Die festlich geschmückte Burg des Pairithos war erfüllt von frohem Trubel. Brautlieder wurden gesungen. Von Glut, Wein und Speisen dampften die Gemächer. Der Palast konnte nicht alle Gäste fassen. Lapiden und Kentauren, bunt durcheinandergewürfelt, saßen an langen Tischen in baumbeschatteten Grotten beim Mahl. Zunächst verlief das Fest in ungestörter Fröhlichkeit. Bis vom übermäßigen Genuß des Weins, das Herz des Wildesten unter den Kentauren, des Oriton, zu rasen begann und der Anblick der schönen Jungfrau Hippodamea ihn zu dem tollen Gedanken verleitete, dem Bräutigam seine Braut zu rauben. Niemand wußte, wie es gekommen war. Niemand hatte den Beginn der unsinnigen Tat bemerkt. Da sahen plötzlich die Gäste den wütenden Oriton, wie er die sich sträubende und um Hilfe rufende Hippodamea an den Haaren gewaltsam auf den Boden schleifte. Seine Untat war für die weinerhitzte Schar der Kentauren ein Anstoß, Gleiches zu wagen. Ehe die fremden Helden und die Lapiten sich von ihren Sitzen erhoben hatten, hielt schon jeder der Kentauren eins der thessalischen Mädchen, die am Hof des Königs dienten oder als Gäste bei der Hochzeit waren, als Beute in seinen rohen Händen. Die Burg und die Gärten glichen bald einer eroberten Stadt. Schnell sprangen Freunde und Verwandte der Braut von ihren Sitzen empor. Welch Verblendung treibt dich, Orition, rief Theseus, den Peritus zu reizen, der mein Freund ist, und sogleich zwei Helden zu kränken. Mit diesen Worten drang er auf den Rasenden ein und entriß dem wütenden Räuber seine Beute. Orition sagte kein Wort, denn er konnte seine Tat nicht rechtfertigen, sondern erhob seine Hand gegen Theseus und versetzte ihm einen Schlag auf die Brust. Da ergriff Theseus, der keine Waffe zur Hand hatte, einen ehernen Krug, der zufällig neben ihm stand. Diesen schmetterte er dem Gegner so wuchtig ins Antlitz, dass er rücklinks in den Sand fiel und Gehirn und Blut zugleich aus der Kopfwunde traten. »Zu den Waffen!«, scholl es jetzt an den Kentaurentischen. Zuerst flogen Becher, Flaschen und Näpfe, dann packte ein tempelschänderisches Umtier die Weihgeschenke in den benachbarten heiligen Städten. Ein anderer riß die Kerzenleuchte herab, die über der Festtafel hing. Ein anderer wieder focht mit einem Hirschgeweih, das die Wände der Grotte als Weihgeschenk schmückte. Ein grauenhaftes Gemetzel wurde unter den Lapiten angerichtet. Rötus, der Schlimmste nach Eurytion, riß die größte Brandfackel vom Altar und bohrte sie einem schon verwundeten Lapiten wie ein Schwert in die klaffende Wunde, das das Blut zischte wie Eisen in der Esse. Gegen ihn erhob der tapfere Lapite Drüers einen im Feuer gegüten Pfahl und durchbohrte den Feind zwischen Nacken und Schulter. Der Fall dieses Kentauren tat dem Morden seiner rasenden Gesellen Einhalt. Und Drüers rächte seine Freunde, indem er fünf Kentauren hintereinander niederstreckte. Jetzt flog auch der Speer des Helden Pairithus durch die Luft und durchbohrte einen riesigen Kentauren. Den Petraius, wie er gerade einen Eichenstamm aus der Erde reißen wollte, um damit zu kämpfen, so wie er den Stamm eben umklammert hielt, heftete der Speer seine schwer atmende Brust ans knorrige Eichenholz. Ein anderer Kentau, Dictys, fiel unter den Streichen des griechischen Helden und knickte im Fallen eine mächtige Esche. Ein nächster wollte diesen rächen, wurde aber von Theseus mit einem Eichpfahl zermalmt. Der schönste und jugendlichste unter den Kentauren war Kylarus, Goldfarben, sein langes Lockenhaar und sein Bart, sein Antlitz freundlich, Nacken, Schultern, Hände und Brust wie vom Künstler geformt. Auch der untere Teil des Körpers, der Rostleib, war ohne Fehl, der Rücken bequem zum Sitzen, die Brust hochgewölbt und pechschwarz. Nur Beine und Schweif von heller Farbe. Er war mit seiner Geliebten, der schönen Kentaurin, Hylonome, beim Fest erschienen, die sich beim Mahl liebkosend an ihn lehnte und auch jetzt mit ihm vereint im wütenden Kampf an seiner Seite focht. Kylarus empfing von unbekannter Hand eine leichte Wunde ins Herz, daß er sterbend seiner Geliebten in die Arme sank. Hylonome koste seine sterbenden Glieder, küßte ihn und versuchte den entfliehenden Atem aufzuhalten. Als er den Geliebten sterben sah, zog sie ihm den Wurfpfeil aus dem Herzen und stürzte sich hinein. Noch lange wütete der Kampf zwischen den Lapiten und den Kintauren, bis die Letzteren vollends besiegt waren und nur Flucht und Nacht sie vor der Vernichtung bewahrten. Jetzt machte keiner mehr Paeritos seine Braut streitig und Theseus verabschiedete sich am anderen Morgen von seinem Freund. Der gemeinsame Kampf hatte das junge Band ihrer Bruderschaft zu einem unauflöslichen Knoten geknüpft. Theseus Ende Lange Zeit schon regierte Theseus, da kam es immer wieder zu Empörung und Aufstand gegen ihn, die stets Menestheus anführte, hinter dem die Partei der Edel entstand, die immer noch sich nach Pallas, seinem Ohrheim und dessen besiegten und erschlagenen Söhnen Palantiden nannten. Die den Theseus früher gehasst hatten, vergaßen allmählich die Furcht vor ihm und das Gemeindevolk war von Menestheus so verwöhnt worden, dass es, anstatt zu gehorchen, sich nur zu gerne von ihm schmeicheln ließ. Anfangs versuchte es Theseus mit Härte. Als aber aufwiegerische Umtriebe und offener Widerstand all seine Bemühungen vereitelten, beschloss der glücklose König, seine unbotmäßige Stadt freiwillig zu verlassen, nachdem er schon vorher seine Söhne Akamas und Demophoon heimlich nach Euböa zu dem Fürsten Elefenor gebracht hatte. In Gargetos, einem kleinen attischen Dorf, stieß er feierliche Verwünschungen gegen die Athene aus. Noch lange nachher zeigte man hier das Verwünschungsfeld. Dann schüttelte Theseus den Staub von seinen Füßen und schiffte sich nach Skyros ein, wo er meinte, besonders gute Freunde zu haben, denn er besaß dort ansehnliche Güter, die er von seinem Vater geerbt hatte. Damals war Lykomedes Herrscher auf Skyros. Zu diesem ging Theseus und er bat von ihm seine Güter, um sich dort niederzulassen. Aber das Schicksal hatte ihn einen schlimmen Weg geführt. Lykomedes, sei es, dass er den Ruhm des Königs fürchtete, sei es, dass er mit Menestheus paktierte, trachtete nur danach, den in seine Hände gegebenen Gast, möglichst ohne Aufsehen, aus dem Weg zu räumen. Also führte er ihn auf den höchsten Felsengipfel der Insel, der schroff zur Ebene abfiel. Er gab vor, dem Gast die schönen Güter zeigen zu wollen, die sein Vater hier besessen hatte. Oben angekommen, ließ Theseus seinen Blick freudig über das herrliche Land schweifen. Da gab ihm der treulose Fürst von hinten einen Stoß, dass er über die Felsen hinabstürzte und sein zerschmetterter Leichnam in der Tiefe liegen blieb. Das undankbare Volk von Athen hatte Theseus bald vergessen, und Menestheus regierte, als hätte er den Thron von seinen Ahnen ererbt. Die Söhne des Theseus zogen mit dem Helden Elephenor als einfache Krieger gegen Troia. Erst als dort Menestheus gefallen war, kehrten sie zurück nach Athen und brachten das königliche Zepter wieder an sich. Viele Jahrhunderte später geschah es, dass die Athener Theseus als ihren Held und Retter verehrten. Als sie nämlich beim Marathon gegen die zehnmal so starken Perser kämpfen mussten, entstieg der Geist des großen Helden der Erde und führte die Nachkommen seiner undankbaren Untertanen zum Sieg. Darum befahl das Orakel zu Delphi den Athenern, nach Beendigung jener glorreichen Kriege gegen die Perser, die Gebeine des Theseus heimzuholen und ehrenvoll zu bestatten. Aber wo sollten sie diese suchen? Und sollten sie auf der Insel Skyros das Grab auch gefunden haben, wie konnten sie seine Überreste den rohen Barbaren entreißen? Da fügte es das Schicksal, dass der berühmte Athener Kimon, der Sohn des Militiades, auf einem seiner Feldzüge die Insel Skyros eroberte. Während er nun mit großem Eifer das Grab des Nationalhelden suchte, sah er plötzlich über einem Hügel einen Adler schweben. Er verweilte an dieser Stelle und sah bald, wie der Vogel herabschoss und die Erde des Grabhügels mit seinen Krallen aufschachte. Kimon erkannte in diesem Zeichen eine göttliche Fügung, ließ nachgraben und fand tief in der Erde einen Sarg und darin einen großen Leichnam, daneben eine ehrende Lanze und ein Schwert. Weder er noch seine Begleiter zweifelten daran, das Theseus Grab gefunden zu haben. Die ehrwürdigen Überreste wurden von Kimon auf ein schönes Kriegsschiff mit drei Ruderbänken geschafft und nach Athen gebracht, wo man das Schiff mit Jubel, Umzügen und Opferfeiern empfing. Es war, als sei Theseus selbst in die Stadt zurückgekehrt. So beglichen Jahrhunderte später die Nachkommen dem Begründer der Freiheit und Bürgerverfassung Athens den Dank, dem ihm eine schnöde Welt schuldig geblieben war. Begründer